Also ich mag die Vorgeschein, bitte. Ich spür mischne dich nicht. Wo ist denn? Ja. Ich spürke noch. Ich spürke noch ein bisschen mehr oder weniger. Ich spürke noch. Ich spürke nicht mehr. Und ich spürke noch ein bisschen mehr. Ebe, bitte komm her, Junge. Ebe, Ebe, ich schwöre, ich schieß gleich die Tür aus. Das ist zu weit weg, ja. Ebe, ich schwöre, ich schieß gleich die Tür aus. Was für Rebekka, Reggie, weil sie gerade noch die Einzelne sind. Der langt wieder der Heli. Ja, Junge, ich steh vor der Tür, der ist da drinnen. Ich steh vor der Tür, der ist da drinnen. Da läuft einer zum Heli, da läuft einer zum Heli. Ja, ja, ich steh vor seiner Tür, der ist da drinnen. Wenn er jetzt aufkommt, dann töte ich ihn. Boah, ich komm rein, ich komm rein. Nein, du musst du mir hin, du musst du mir hin. Ebe, lock dich ein, egal wo du bist, komm hier rüber gerade. Wo bist du denn? Ich hab Angst, dich abschießen, Mann. Jumme, Faris Alpharik, welche... Oh, der schläft! Der f***er schläft in seinem... Alter. Oh, das kannst du niemals zum... also benutzen, ne? Piep! Ich komm gerade angekommen. Siehst du mich? Siehst du mich? Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Ich komm mal, ich komm mal. Ey, der schläft. Der ist so Nubi, der schläft in seinem Haus jetzt. Ah, komm. Ey, guck mal, mit dem Trin aus. Guck mal, jetzt nicht die Wechsel wegkriegen. BOOOOOOOM, ist eine Fresslung, lass die Tür auf. Da ist die Tür auf. Männer, kommt alle her, kommt der Tür, ist auf. Erzhaft? Loll, Alter. Ist der Nubi, pass mal auf, was der Heli ist noch. Oh, oh, der hat einen FNF, ne? Die, nimm mich mit. Oh, 19. Nimm mich mit. Kein Problem. Wo denn? Ich glaub mich auch ein. Ey, ey. Ich pass auf, ich bin jetzt da, ne? Dann stand es. Ey, wer schießt ihr? Auf mich geschossen. Auf mich geschossen. Ey, das bin ich, das bin ich. Wow, 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 geh von der Tür weg. Wer ist der andere? Ich bin das. Ich bin das. Junge, du konntest doch nicht hier reinkommen. Das siehst du doch. Ja, dann nimm die Sachen, ich hab dir zugemacht. Nimm die Sachen, also. Der Nubi hat Kati-Fan Vollmeg, Alter. Ey, ey, Richi, ich steh grad neben dir. Ja, ich seh das, ich seh das. Ja, lass mich mal hin. Lauf nicht durch mich durch. Junge, besoffene Haustür aufgeschossen, Alter. Wie OP ist das denn? Und ich steh daneben? Ich bin sowas von nach Hause jetzt und schlaf. Welche Waffen soll ich nehmen? Nimm einfach was raus und du opferst dich jetzt, du gehst raus. Ey, die M16A2, die M16A2. Welches Magazin? Ja, geh raus. Oh, warte. Ich hab so geilen Stoff in die Windforce noch mit. Hat der einen Rucksack? Ich hab keinen. Guck mal, geh mal an sein Gear und den Rucksack. Hat der nicht. Ey, schieß dir rein. Hier steht einer vor der Tür, der schießt auf den. Soll ich rausgehen? Ja, warte, warte, ich hab einen Hate auf den gleich. Wir müssen nur gucken durch den Slider, wo der steht. Wo steht der? Wo steht der? Siehst du den? Ich seh gar nichts, Alter. Ich bin so so offen, Mann. Ich hab ziemlich viel Blut verloren. Das geht bestimmt. Gib mir mal ein Paint. Kannst du mir Blut geben? Ja, geh doch schlafen. Das ist doch unser Haus hier. Ey, geh mal. Achso. Das ist doch unser Haus. Was machst du mal? Ich geh schlafen. Ich hab' dir. 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 Jetzt guck mal, der schläft hier wirklich. Jungen, der hat 8 Zement und 5 Zement und 5 Zement. Der ging schon mit. Ey, komm' mal schnell. Ey, ich schnausche. Kann ich ein Beide ausbauen oder nicht? Ja, natürlich. Das ist Dreckunterbeiderung. An der Lichtung vom Hospital. An der Lichtung vom Hospital. Ja. An der Lichtung vom Hospital. Ja. Bitte zu behindert und baut da seinen Scheiß. Ja, jetzt ist noch ein Stück weiter unten am Strand. Unten ein bisschen weiter links. Und zunder eins. Oh ne, lol. Also du hast'n Luke, ey. Jens, Jens. Hast du ne Maschinengewehr? Jens, immer ne Maschinengewehr. Du bist so geschwungen, Scheiße. Ja. Gib mir Mutti. Da hat er ne LMP5, Alter. Nimm die AK-74. Jetzt schläft er. Jetzt schläft er. Jetzt schläft er. Jetzt schläft er noch, Mike. Meinst du, der Blut wird doppelt jetzt so als 824.000 Blut, ne? Jens, nimm mal bitte. Nimm mal bitte jetzt AK-74 und dann rennst du raus und tötest den. Und dann tötet ihr euch beiden und ich lache und gehe weg. Also. Ich kann noch nen Nate rausschmeißen, ne? Warte, mir hat jemand geschrieben. Warte, mir hat jemand geschrieben. Nein, ey, Jens. Das ist ja nicht so. Was ist das jetzt wichtig? Jens, das ist ja. Jens, du bist ja wichtig. Ey, Ebe, kannst du mal kommen? Ich bin zu weit weg, Alter. Ich bin in in zu rechts. Ich komme, ich komme. Ja, klar. Warte, ich bin auch ein. Das warte, mir fehlt. ähm welches magazin muss ich für die m du nimmst jetzt die ak 74 und macht alles voll mit max und dann gehst du aus dem scheißhaus aus welches max muss ich denn nehmen ah ich hab schon ok ok wenn du jetzt raus rennt du musst mir unbedingt sagen auf welcher seite der steht ja warte warte lass mich kurz noch da gehen ich fall den schon ab keine Angst lass mich noch kurz an dir vorbeigehen bitte ja der hildi hat ja auch angehalten ich bin der chef der hildi ist so weit gefahren ich würde schon wieder schlafen ich mach die tür jetzt auf 1,2,3 jetzt du rennst raus zuerst Leute da hinten schossen renn 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 los der rost der über uns gut job Ey! Auf der Rammscheine! Schau! Schau! Nein, ey! Schau! 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 Wuuuh! Junge! Da im Zug wollte er der Misten wieder ein. Geh mal nicht! Nein! Warte! Warte! Wicht! Wicht! Ich bin gleich da! Wicht! Ich bin voll raus! Der hier steht ja da! Schau! Schau! Ich bin gleich wieder rein und schlafen! Ich bin zu spät! Gebet mit das Haus du! Ja okay! Ich seh den heli übrigens! Ja! Und genau da vor dem heli ist das! Am Stein! Aber ich komme nicht weg! Ich muss hier weg werden! Was ist da sonst noch so? Was ist denn das? Du lass die Tür auf! PfeffermagX und Co. findest du hier und hier. Und kannst du gar nicht mehr ohne, kannst du uns hier abonnieren.